Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, und wir haben endlich mal wieder Bewegung. Bitcoin bei unter 25.000 US-Dollar heute Nacht gewesen, bei 24.800 US-Dollar. Um genau zu sein, gestern war der Fett-Zinsentscheid und was für eine Überraschung, es ist nichts passiert. Die Rede danach war jetzt wirklich nicht wirklich bullisch, werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ansonsten, wo kann es natürlich jetzt mit Bitcoin hingehen? Meine Login ist zu, habe ich eine neue aufgemacht. Auch das werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen näher angucken. Wohin könnte gegebenenfalls Bitcoin jetzt auch noch runterfallen? Runterfallen klingt ein bisschen kindisch, aber egal, ihr wisst, was gemeint ist. Auf jeden Fall auch ein kurzer Blick auf Ethereum, lohnt sich wahrscheinlich auch noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, lasst dem Video doch schon mal gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt, Signale, News, alles mögliche Neueste, was so ein Kryptomarkt ansteht, kommt da gerne rein. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich wird immer alles for free. Und heute Abend schon mal so ein kleiner Reminder. Heute Abend findet wieder Livestream statt um 19 Uhr, vielleicht sogar ein bisschen eher. Wir nehmen heute Abend um 17, 18 Uhr nochmal zwei Podcast-Folgen für euch aus. Morgen um 12 geht dann die neue Online, werde ich natürlich dann alles posten. Und wer es noch nicht gemacht hat, Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Also gerne Podcast anhören von uns. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wir sind auf dem 1-Stunden-Chart momentan bei 25.000 US-Dollar. Wir sehen diesen, ja, relativ fixen Abverkauf. 1.000 US-Dollar, ein bisschen mehr als 1.000 US-Dollar innerhalb einer Stundenkende. Nicht wirklich gut, aber wir hatten auch hier einerseits dieses Ascending Triangle, was grundsätzlich bullish ist. Dann hatten wir aber auch gestern natürlich den Fett-Zinsenscheid, wo keine wirklichen News rauskamen. Außer, dass sogar noch überlegt wird, dass man hier sogar die Zinsen nochmal ein bisschen erhöht. Deswegen schauen wir uns jetzt gerade mal so ganz kurz an, was denn jetzt für die nächste Fett-Zinssetzung so erwartet wird. Es wurde jetzt klar von so einer kleinen Pause gesprochen, aber wenn man sich das hier schon angeht, gehen 71% davon aus, dass wir eine Erhöhung beim nächsten Mal sehen, weil es dem Markt gut geht. Aber Paul hat auch dazu gesagt, man hat dann jetzt wirklich Daten von drei Monaten. Dann, wenn sie sich im Juli jetzt wieder entscheiden, wird es erhöht oder nicht. Ja, und das hat den Markt dann im Endeffekt wieder ein bisschen so nach unten gedrückt. Zwar erst so um 22 Uhr, wo die Rede dann schon wieder vorbei war, aber trotzdem so Nachzüglerkerze. Ja gut, was will man sagen? Im Endeffekt hatten wir alle, glaube ich, schon so ein bisschen die Befürchtung, dass so im Nachhinein dann doch wieder so ein kleiner Dämpfer reinkommt, einfach weil es der Wirtschaft einfach zu gut geht. Die Wirtschaft hat alle Zinserhöhungen komplett eigentlich nichts ausgemacht. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein, aber gut. Preisziel von diesem Ascending Triangle nach unten wurde erreicht. Position bei 25.500 US-Dollar wurde erst einmal ausgestoppt, sehr, sehr viel Volumen. Wir haben natürlich dadurch auch wieder eine neue Ineffizienz und so langsam könnten wir uns jetzt auch dem Boden nähern. Dafür gehen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wie das da aussieht. Also Downtrend haben wir gestern auch schon ausführlich darüber gesprochen im Livestream. Wir sind in einem Downtrend, tiefere Tiefs, tiefere Hochs, also keine wirkliche bullische Struktur. Natürlich, manche sehen hier jetzt wieder eine Bull-Flag. Immer noch alles möglich, alles schön und gut. Wir haben das 0,5 jetzt erstmal durchbrochen mit Daily-Kurs. Auch nicht wirklich bullisch, aber wir haben jetzt hier zum einen einmal hier einen schönen Daily-Order-Block. Den könnten wir auf jeden Fall noch treffen jetzt so die nächsten Stunden eventuell. Wir könnten das Ganze auch mal ganz kurz mit dem Binance-Chart nochmal ein bisschen gegenchecken. Einfach, damit wir hier die Zonen mal ein bisschen genauer drin haben. Also Daily-Order-Block wurde auf Binance, weil bei BingX sind die Kurse ein bisschen anders, beziehungsweise Daily-Close ist ja ein bisschen anders. Daily-Order-Block wurde hier erst einmal knapp verfehlt. Aber das Gute ist, wir haben noch einen WIG. Das heißt, Bitcoin könnte nochmal ein bisschen tiefer runtergehen. Das machen wir auch mal ganz kurz weg. Plan hat funktioniert hier auf Binance. So, und dann gehen wir in den 4-Stunden-Time-Frame. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz bei Binance, weil mir da die Struktur gerade ein bisschen besser gefällt. Wir haben die Ineffizienz hier drüben gefüllt. Wir haben hier die Liquidität noch nicht ganz gefischt. Das heißt, wir sind aber jetzt wieder in so einem Bereich. Wir haben die letzten Monate immer wieder, oder, ja Monate, ja komm, April sind zwei Monate, haben wir darüber gesprochen, okay, wir haben kein Volumen mehr. So, und jetzt kommen wir zum ersten Mal seit, ich sage jetzt mal März, April, ja doch so März, wieder in einem Volumenbereich an. Das heißt, in diesem Bereich liegt Volumenunterstützung. Hier oben seht ihr auch, bei Binance überhaupt kein Volumen mehr die letzten Monate. Das letzte signifikante Volumen hatten wir einfach hier Mitte, Ende März. Und genau in diesem Volumenblock sind wir jetzt wieder drin. Hier haben wir die Daily-Demand-Zone, die uns jetzt erstmal Unterstützung geben könnte. Spricht aber auch dafür. Vier-Stunden-Chart. Schöner Wick hier noch runter bis 24,8. Das wir uns den gegebenenfalls nochmal holen. Nur zur Info, ich bin schon mal long, aber ich habe drei Positionen in Planung. Erste Position war jetzt. Die zweite Position ist dann so in dem Bereich 24, 4, 24, 3 rum. Genau hier an diesem unteren Teil dieser Daily-Demand-Zone. Und dann wartet auch schon das Golden Pocket auf uns. Gleichzeitig im 4-Stunden-Timeframe gehen wir jetzt wieder rüber. Zu Bing X haben wir keine Bullish Divergence. Also auch hier noch tieferes Tief könnte sich natürlich jetzt noch ein bisschen ergeben. Auch im 1-Stunden-Timeframe haben wir keine Bullish Divergence. Das kann ich euch ja hier zeigen. Tiefere Tiefs, tiefere Tiefs. Könnte jetzt aber auch, sollten wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Brick drunter kriegen, zumindest für eine 1-Stunden-Bullish Divergence reichen. Auf jeden Fall. Um euch jetzt, sage ich mal, das übergeordnete Bild wieder zu zeigen, das kann ich euch hier zeigen. Hat einfach den Sinn, wir haben das Golden Pocket noch bei 24.000 US-Dollar. Also 24.000 bis ungefähr 23.500. Darunter liegt momentan oder derzeit mein Stop-Loss, weil danach wird es dann wirklich übel. Und dann sehen wir wahrscheinlich Kurse von 20.000 US-Dollar. Und ihr erinnert euch, wir haben glaube ich vor drei oder vier Wochen schon mal drüber gesprochen, dass die 20.000 US-Dollar so wirklich mein Worst Case sind. Weil wenn wir das FIP-Level, will ich jetzt nicht wieder ziehen, aber wenn wir das FIP-Level von unserem Tief zu unserem High ziehen, wäre das 20.000 US-Dollar wirklich noch möglich. Aber, wie gesagt, auf Daily-Sicht ist hier jetzt derzeit auf dem Binance-Chart unsere Daily-Demand und die zählt auch, muss man ganz ehrlicherweise so sagen, die ist wichtig. Und sollten wir hier, und das werde ich euch jetzt gerade ganz kurz nochmal zeigen, sollten wir hier einen Bound sehen, sollte das relativ Bullish sein und wir hier zum Beispiel erst einmal wieder Liquidität drin sehen. Weil ihr seht es hier auf Binance, das ist auf dem Daily-Chart nochmal extremer. Also die ganze Zeit, wo wir hier waren, kein Volumen, keine wirkliche Volumen-Unterstützung, die uns dann auch wirklich aufhängt. Jetzt aber wiederum kommen wir in diese Daily-Demand-Zone und da sollten wir jetzt heute im Laufe des Tages nochmal hinkommen oder möglicherweise in den nächsten Stunden, um dann gegebenenfalls hier die Liquidität, die sich hier noch angesammelt hat, wirklich zu nehmen und dann zumindest mal ein Reversal zu sehen. Reversal meine ich dann ungefähr, dass wir zumindest mal die 25.9 antesten, dort wo wir im Endeffekt jetzt gestern den Abverkauf begonnen haben, wo dann auch unsere dynamische Unterstützung, die zeichne ich euch auch nochmal ganz kurz ein, hier, das wäre dieser Bereich, wo die dann gebrochen ist. Also das ist so dieser Bereich, der dann als nächstes angetestet werden sollte. Kommen wir da drüber, ist es gut, werden wir zurückgewiesen. Dann ist das nächste Ziel sehr, sehr wahrscheinlich, dann sogar das Golden Pocket bei ungefähr 24.000 US-Dollar. Also ein bisschen ausführlicher heute, was Bitcoin anbelangt, aber es gibt endlich mal ein bisschen mehr zu erzählen. Deswegen macht es auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Also wie gesagt, Long-Position läuft jetzt erst einmal, aber nur in Etappen, wie gesagt, drei Orders sind geplant. Aber ich wollte jetzt hier schon mal ein bisschen genauer einsteigen. Eventuell jetzt mal noch abwarten, wie das tief ist. In den nächsten Stunden, also einen Stunden-Timefirm, kriegen wir das tief hier unten noch, weil hier sehr, sehr viel Volumen noch drinnen ist. Aber das waren jetzt nur 100 bis knapp 200 Dollar, deswegen wollte ich da jetzt nicht drauf verzichten. Aber könnte zumindest mal erstmal für ein Reversal auf 25.800, 25.900 US-Dollar starten. Und dann müssen wir weitersehen. Werden wir rejected, wird es wahrscheinlich tiefer gehen. Kommen wir da drüber mit einem deutlich schöneren Impuls, dann sieht die ganze Sache schon besser aus. Aber wie gesagt, diese Daily-Demand-Zone, die sollte heute auf jeden Fall halten. Ansonsten, wenn die bricht, dann sehen wir auf jeden Fall oder sehr, 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 sehr wahrscheinlich das Golden Pocket. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Gleiches Spiel, nur hier hat sich das Ganze schon ein bisschen besser ausgespielt. Wir beginnen mit dem Daily-Timeframe. Wie sieht es denn dort aus? Wir sind ins Golden Pocket reingekommen. Also von dieser gesamten Aufwärtsbewegung ins Golden Pocket, also das, was Bitcoin noch nicht erreicht hat. Bitcoin eher so am 0,5er und der Daily-Demand-Zone. Aber auch hier haben wir so ein ähnliches Spiel zumindest. Zumindest was Liquidität anbelangt, kommen wir jetzt so langsam wieder in diesen Bereich, wo anfängt, sich Liquidität aufzubauen, beziehungsweise wo die Liquidität sich dann begonnen hat abzubauen, bevor wir in diese langweilige Seitwärtsphase auf der Daily-Timeframe gekommen sind. Auch hier können wir das Ganze mal ganz kurz mit Binance so ein bisschen vergleichen. Hier die letzten Impulse waren dann auch schon etwas länger her und dann immer wieder so in diesem Bereich und zuletzt das Volumen deutlich, deutlich abnimmt. Und deswegen jetzt der erste Step für uns. Golden Pocket hier hält dieses, sage ich mal, den Tag fest. Gestern hat es gehalten, wir haben auch schön drin geschlossen. Hier ein bisschen auch dieser kleine Order-Block hat auch gehalten. Also gefällt mir eigentlich relativ gut hier derzeit, nur ich möchte hier keine Long-Position aufbauen. Hat den Aspekt. So, wir haben bei Bitcoin noch nicht das Golden Pocket getestet. Wir sind bei Bitcoin nur im 0,5er, nur in eben dieser Daily-Demand-Zone und Ethereum ist schon im Golden Pocket. Und normalerweise ist das die Trendumkehr. So, wenn Bitcoin jetzt aber wirklich noch ein bisschen tiefer fällt, unser Order-Block bzw. unsere Demand-Zone am heutigen Tag bricht, wird Ethereum komplett zerreißen. Oder was heißt zerreißen? Sehr, sehr wahrscheinlich werden wir uns dann die Ineffizienz hier unten zwischen 1480 und 1530 nehmen. Und da braucht man dann schon, keine Ahnung, was das für eine Box ist, ein sehr, sehr großes Stop-Loss. Und das ist mir ehrlich gesagt momentan ein bisschen zu viel, weil dieser ganze Bereich hier dazwischen bietet kaum wirkliche Unterstützung. Wir haben hier zwar noch das 0,786er, das sind 7%, das ist sehr, sehr viel. Deswegen warte ich jetzt erst einmal darauf, okay, bricht diese Zone, hält diese Zone, beobachte es erst einmal, um dann gegebenenfalls hier unten dann so langsam eine Position aufzubauen. Aber derzeit macht es für mich wenig Sinn. Bitcoin habe ich ein bisschen klarere Anzeichen durch diese Daily-Demand, durch diese Volumen-Unterstützung. Bei Ethereum habe ich es nicht. So, dann gehen wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe. Gleiches Bild wie bei Bitcoin. Schneller Abverkauf auch hier in dieser Zone. Könnte gegebenenfalls mit einer Bullish Divergence, die wir noch nicht ausgebildet haben, aber sollten wir hier ein tieferes Tiefkriegen gebildet werden, dass wir uns zumindest die Ineffizienz bis 1720 holen. Sollten wir drüber kommen, gleiches Spiel wie Bitcoin. Bullish, sollten wir einfach hier rejected werden, dann wird es nochmal deutlich nach unten gehen. Aber, und jetzt ziehen wir uns dann hier nochmal ganz kurz das FIP-Level dazu. Weil wir da ein bisschen mehr Punkte im Auge behalten sollten. Die Rejection könnte auch schon bei 1.702 US-Dorder folgen. Im Golden Pocket. Also zwei Zonen, die interessant sind 1.700, 2.722. Sollten wir hier im Laufe des Tages noch eine Bullish Divergence reinkriegen, können wir eine kleine Long-Position mit relativ engen Stop-Loss nochmal probieren. Ansonsten jetzt würde ich hier nicht rein, eher in Bitcoin. Gefällt mir einfach die Struktur ein bisschen, bisschen besser. Gut, dann würde ich sagen, langes Video heute, ein bisschen ausführlich. Ich hoffe, es war nicht zu ausführlich für euch. Eventuell wird es dann später noch ein kleines Altcoin-Update-Video geben, aber dann eher heute Mittag. Ansonsten, heute Abend 19 Uhr Livestream. Würde ich mich freuen, wenn wieder viele von euch dabei sind. Gestern sehr, sehr viele Fragen. Übrigens, die Videos oder beziehungsweise die Zusammenschnitte aus dem Livestream von gestern werden heute im Laufe des Tages auf den Zweitkanal hochgeladen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Alles schon geschnitten, alles schon fertig. Bis Montag, Dienstag seid ihr versorgt mit Videos. Auch den Livestream von heute Abend werde ich dann hochladen. Und dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Donnerstag. Und das war es von mir. Wir hören uns später wieder oder heute Abend. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.